Nee, 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 nee Wir spielen eine Runde anpacken Wir spielen wieder eine Runde Happy Wheels Ja, wenn euch das gefällt Dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen Das sieht ja jetzt irgendwie alles wieder anders aus Hier unter diesem neuen YouTube-Video Ist total toll Und dann könnt ihr direkt mal die Daumenhoff-Funktion testen Keine Ahnung, war das so schlecht jetzt? Keine Ahnung Gut, das will man zusammenschneidt, wenn euch das gefällt Hab ich das gerade schon gesagt? Ja, wir legen jetzt einfach los Zombie Apokalypse 2 Kuck mal Willst du kuscheln? Nein Willst du vielleicht jetzt? Guck mal, der hat so richtige Stimmelchen Er hatte keine Hände Aber Er liebte es Zu touchen Okay, gut, alles gut Wir fahren rüber Was besuchen? Uh, guten Tag, hallo Sind sie hier, der Post-Boot-D Oh, hi, na Oh, oh Gott, Alter, was geht denn ab? Warum bin ich so aggressiv? Slow, oh Oh, Ninja-Move-Kadate Gelernt von Mr. Bombe Freeze-Blocks Oh, das kann ich mal gut Freeze-Blocks sind richtig krass Okay, was muss ich machen? Mhm Mhm Eeeh 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 Yeah, wie gut ich bin Oh nein Ich bin ein kleiner Affe Ich wollte schon immer ein Affe sein Deswegen habe ich mir jetzt alles abgerissen Und drei Zwei Zwei Eins Release The Kraken Meeh Meeh Oh Entering Hardcore-Shit Ja Ach, Hardcore-Leute Uh Mutterleee Ich hab keinen Kopf mehr Viele nennen das auch Schockierend Slow-Motion Matrix 2 Man fängt immer mit Teil 2 an Okay Das war doch ein Witz Weißt du, was ich bei Witzen mache? Da wäre ich immer ziemlich stark Deswegen drücke ich drüben an meinem Kopf Aua, aua, aua Jetzt habe ich hier so ein Teil Keine gute Idee Da ist ja noch was drin Slow-Motion Matrix 1 Guck mal Yeah Schaffen wir jetzt besser Ich nehme die einfach in die Hand Das läuft bei mir, Alter Kennst du schon die Kugel in die Hand nehmen? Matrix wäre ein ganz anderer Film geworden Das wäre richtig fantastisch Es wäre so, als wenn Justus Biberus diesen Film directed hätte Oder hätte Justus Biberus gesagt Amazing Slow-Motion 3 Hard Okay, ja komm Nee Oh ja Hard Guck mal, sie ist dick Das ist lustig Weil sie fett ist Possible Es ist possible Pff, ich zeige euch mal, wie possible das ist Zack Ja, ein bisschen übertrieben vielleicht, oder? Warte Alter Wie denn? Wie zur Hölle? Und Ach, Ficky Matrix Slow-Mo Alter, schon wieder Slow-Mo Was geht denn ab? Alter, ich bin heute richtig in der Matrix gefangen Pip can't do shit Oh nein, meine Hoden Uh, nee, genau rein Heavy Heart Zweigfall Das wollen wir doch mal sehen Justin Biber Ja, okay, das war unnötig Es tut mir leid Äh, gucken wir mal King of Turds Äh, this is bad Alright Blah Ja Ja Ach, schon wieder zu viel Das kann doch nicht sein Moment Ich hab ne Idee Und jetzt nach hinten lehnen, nach hinten lehnen, nach hinten lehnen, nach hinten lehnen Ach, jetzt komm Club Penguin Hack Ich hab mal Club Penguin gespielt Ach Fick jetzt Ach, gut, jetzt ist doch mal langsam Gut, jetzt, ja, Mann Ach, komm Langsamer geht's doch nicht mehr Ich hab keine Lust mehr Ich hab keine Lust mehr Ich bin raus, Leute Ich bin raus Das ist alles nur Käse Very long, Spike Fall Yes, I like it It's possible Okay Dann mach mal, Rune Falle noch Falle Ich bin erotisch Ja, man nimmt mich auch die Tina Turner, der Spike von Deathball Madness Okay Leer, das zu drücken Moment, 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 Moment Keine Männer mit Wassermelonen Doch Nein, 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 nein Das war jetzt gewollt. Ich wollte nochmal kurz in eine andere. Hallo? Äh, äh, äh. Guck mal dran. Ist drin. Oh, diese Combo. Oh, diese Combo. Oh, oh, oh. Äh, das war witzig, Leute. Das war witzig. Hydrating. Ich hab echt nicht so viel hier gehabt. Pro Spike Fall. Alright. Yeah. Oh, nee. Yeah, ich bin Pro. Yo. Oh. Oh, weil ich sick bin. Und ein ganz kleines bisschen. Bumm. Was ist das? Save your son slow-mo. Die, motherfucker. Yeah. Komm her. T. Yeah. Kill JB. Kill JB. Das kann ich gut. JB. Oh, guck mal. Ein anderer JB. Siehst du? Diesen abgenau... Oh, ich kann mich da rauskatapultieren. Warte. So. Schwung. Schwung. Siehst du? Diese Messer. Siehst du diese Messer? Willst du zu diesen Messern? Nein. Okay, dann nicht. Dann verpiss dich. Yeah. Diese Sicherheitsvorkehrungen sind super. Guck mal, ich kann Handstand im Rollercoaster. Oh, nicht gut. Okay. Jetzt mal wieder kurz den. Jetzt auch mal wieder die Beine nach hinten schlagen. Jeff, der ist phänomenal am Stritschen. Er ist auf dem orangenen Port der Achterbahn. Immer noch eine kleine Raufdreher. Jetzt geht's hoch. Ja, kurz loslassen. Kurz den kleinen gebückten Hund machen, damit wir auch nicht falsch sind. Uh, der Jeff, der ist die kupflose Übung. Das ist ein neuer Yoga-Trend. Jaja. Big Balls. Okay. Einmal so. Und. Nein. Ach komm, ficken. Ha. Ach komm. Ich hab doch den Ball in der Hand gehabt. Nee. Ey, es ist unmöglich. Was mach ich hier? Und jetzt. Kombo. Äh. Nee. This needs to stop. She stays fully closed. It works. I tried. Let's go. Stop fake glitches. Oh ja. Guck mal. Guck mal. Siehst du schon meinen sexy Booty-Dance? Ha ha ha. Ich bewege mein Popo. Du bewegst dein Popo, du. Wir bewegen unsere Popos. Guck die Hüfte. Guck den Hüftschwung. Frau, siehst du diesen Hüftschwung? Siehst du diesen Hüftschwung? Oh, nee. Wieder Matrix. Alter, heute ist richtig alles Matrix-Lassi. Jeff, komm. Do the Matrix. Oh, ja. Guck. Er ist zu dick für den Stuhl. Ha ha ha. War so ein Käse, Alter. So, meine Freunde der Leichen- und Zeichenunterhaltung. Das war's mal wieder für Happy Wheels von heute. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten irgendwie auf der Straße rumrobben und... Ach. Liebe machen. Ja, liebe machen. Ich hab immer noch kein Outro. Ah, fuck. Okay, ja gut. Ich sag, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Like da lassen, wenn euch das gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.